Ja, jetzt ist es soweit. Ja, also ganz zum Anfang, bevor ich auf dich zugekommen bin, habe ich wirklich den göttlichen Eindruck bekommen, dass ich weiß, ich komme nur mit dir ans Ziel. Mit keiner anderen Frau, das habe ich wie so prophetisch gesehen, das mir auch Zuversicht gegeben hat, auf dich zu kommen. Und ich möchte, so wie es jetzt Papa gepredigt hat, dich als Licht Blick. Ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast. Lichtstrahl, siehst du, ich muss lernen. Nee, Lichtstrahl, ich merke, du bist wirklich ein Lichtstrahl Gottes und für mich, in meinen Augen, bist du ein Engel. Für mich war es immer wieder so, das Erleben, wenn man auch gemeinsam die Zeit verbringen durfte, wie wir in der Herr einen Engel für kurze Zeit vorbeischickt. Man darf mit ihm gemeinsam Zeit verbringen, Gemeinschaft erleben und kurz danach muss man sich verabschieden und es ist wie, wenn der Engel wegfliegt. Und man steht wieder alleine hier, denkt, wow, was war das? Das ist einfach ein Engel und ich merke, ich möchte dich wirklich bewahren auf diesem Weg. Ich merke auch, so wie es in der Welt praktiziert wird, diese Liebe auf den ersten Blick und dann ab durch die Mitte und durchbrennen. Ich bin dem Herrn dankbar, dass das bei mir die Liebe auf den zweiten Blick gekommen ist. Wo ich einfach merke, ich bin an dir vorbeigegangen und beim Vorbeigehen merke ich, da ist was anderes. Ich muss kurz innehalten. Teilweise war ich 20, 30 Meter von dir entfernt und musste dich einfach beobachten. Also ich habe dich nicht lieben gelernt, weil du auf der Bühne standest oder im Rampenlicht, sondern weil ich dich beobachtet habe, wo du das nicht mal bemerkt hast. Und ich habe einfach deine Liebe und dein Herz und deine Hingabe gesehen. Und ich habe auch gemerkt, das habe ich noch nie so gesehen. Ich bin auch einmal bei einer Veranstaltung an dir vorbeigelaufen. Du warst irgendwo in den Sitzreihen und bin ich vorbeigelaufen und nachher musste ich nochmal zurückschauen und denke, was habe ich gemerkt, wie du, du saßt einfach still auf deinem Stuhl, warst einfach voll die Ruhe in Person, dieses Sein, kein Druck, kein Stress. Und es hat mich beeindruckt und ich merke, ich bewundere dich einfach auf allen Ebenen. und als du mir das erste Mal so Hallo gesagt hast, als ich beim Bus stand für die Leiter und Bodyguard gespielt habe für Papa, da bist du zu mir gekommen, hast mich begrüßt und ich habe deine Augen gesehen und gesehen, du hast so tief, klare, blaue, reine Augen, wie wenn ich in einen Bergsee reinschaue, der so ruhig ist und klar und ich merke, ich habe einfach die letzten Jahre den Herrn immer wieder gebetet, darum gebetet, dass ich dir niemals wehtun muss und ich kann das aus mir nicht, darum rechne ich auch mit Gott. Ich will dir nie Schmerzen zufügen. Ich weiß, es gibt den Spruch, sag niemals nie, aber ich sage das ja, weil ich mit Gott rechne und ich habe auch die Erwartung, dass unsere Liebe in dieser heiligen und rein Liebe bleiben darf, wie sie begonnen hat, dass wir gemeinsam zum Ziel kommen und ich merke einfach, ich möchte dir auch vorstehen, ich möchte erwarten, dass ich vor dem Herrn stehen kann, sie auch führen kann mit Liebe und Herz. Ich möchte feinfühlig, rücksichtsvoll auf dich eingehen und ich merke, es ist einfach das größte Geschenk. Ich habe mir immer wieder gesagt, ich möchte mit keinem tauschen und es ist mir eine große Ehre, dass ich dich finden durfte. Jetzt schaue ich noch ganz kurz auf mein Zettel. Ja genau, was ich noch sagen wollte ist, ich merke auch einen Mechanismus, den ich festgestellt habe, wenn ich einfach dir mein Herz anvertraue. Ich habe mir oft gedacht, oh Mensch, jetzt habe ich dich vielleicht runtergezogen, aber es ist interessanterweise immer das Gegenteil passiert, es ist bei dir wie im Lift hoch, du gingst fröhlich auf Arbeit, hast für mich Segenszeilen und sogar Filme geschnitten, es hat mich so hoch katapultiert. Was ich einfach merke, ich möchte auch unter den Anforderungen oder wie soll ich mal sagen, auch Lasten, die wir auch tragen, auch nicht zusammenbrechen oder dich belasten, sondern dir einfach auch ein Mann sein, wo du zu Hause sein kannst, wo ich auch mit Gott diese Lasten tragen kann und mich dir anvertrauen darf im Glauben. und ich habe einfach gemerkt, also man weiß auch nie, wie es genau kommt, aber ich merke, mit dir ist es einfach so schön, jeden auch schweren Moment durchzugehen. Ich liebe dich nicht nur, weil wir so schöne Momente haben, sondern weil ich weiß, unsere Liebe hat gehalten, auch im Tiefpunkt und ich habe mit dir Gott erlebt und das ist ein Gefühl, das hat mich tiefer zu ihm gebracht und ich liebe dich von ganzem Herzen und ich muss vielleicht das noch sagen, willst du mal Brautmacher? Also ich muss ja eigentlich auch noch sagen, eigentlich ist es ja so, wenn man Trauversprechen gibt, sagt man ja eigentlich ja und das ist ja von ganzem Herzen. Zu dir, du, ich gehöre dir, mein Leben lang, nur mit dir. Danke. Ja, danke. Ich habe meinen Zettel gleich von Anfang an, weil es so viel zu sagen gibt und ich einfach wusste, dass ich in dieser Situation so aufgeregt bin und daran alles denken kann, was ich sagen will. Deswegen nimm es mir nicht übel. Es kommt von Herzen. Lieber Jan Henoch, ich bin so glücklich, dass ich heute vor dir stehen darf in Weiß als Zeichen, dass ich auf dich gewartet habe, dass ich rein bin und dass ich meine ganze Liebe für dich im Herzen reserviert habe. Was du mir bedeutest, das kann ich nicht in Worte fassen. Wie oft habe ich schon zu Gott gebetet und ihm einfach nur Danke gesagt, dass er mir einen Mann wie dich an die Seite gibt. Ich hätte das nie im Traum mir vorstellen können. Ja, ich habe mich einfach so in dich verliebt. Und von der ersten Begegnung mit dir habe ich gespürt, dass du etwas ganz, ganz Besonderes bist. Ich bin noch nie so einem Mann, so einem feinfühligen und respektvollen Mann begegnet, wie du es bist. Du warst einfach ganz anders als jedem anderen Mann, dem ich begegnet bin. Du bist so ein Mann mit so einem riesengroßen Herz. Ein Mann, der gibt, gibt und wiedergibt und so selbstlos sein Leben einfach für die anderen hingibt, immer da ist, wenn man dich braucht. Ich bewundere dich und auch deine Beziehung zu Gott, die so tief ist, dass egal, wie es dir geht, du seine Hand einfach nicht loslässt und gerade auch in schweren Momenten oder schweren Situationen dieses Vertrauen zu Gott einfach nur wächst. Du bist mir einfach total ein großes Vorbild. Ich durfte auch schon so viel von dir lernen. Und ich habe einfach den Wunsch, dass Gott in unserem ganzen Leben einfach Mittelpunkt sein darf und er das Fundament ist, auf das wir unsere Zukunft bauen dürfen. Genau. Ich durfte dich in den letzten zwei Jahren tiefer kennenlernen und ich habe jede einzelne Minute mit dir einfach nur genossen. Ich könnte mir keinen besseren Mann als dich vorstellen. Mit dir kann ich so viel lachen und auch so tiefe Gespräche führen und über alles reden, was einen beschäftigt. Also ich kann mir wirklich nichts Besseres vorstellen. Und was ich so sehr liebe, ist mit dir zu beten. Ich habe jede Gebetszeit mit dir einfach nur genossen. Auch die um drei Uhr mitnimmert Nacht. Einmal. Ja, vielen Dank einfach für alles, was ich schon mit dir leben durfte. Danke für deine große Liebe und für dein Herz und danke, dass ich mich bei dir nicht verstellen muss, sondern einfach ich sein kann. Und ja, bei dir komme ich einfach so zur Ruhe und fühle mich einfach so wohl und du bist einfach mein neues Zuhause. Und ja, ich sehe in dir meine perfekte Ergänzung und ich freue mich so auf alles, was kommt. Und ich will dir die Frau sein, die fest in Gott steht. Die Frau, die dich bedingungslos von ganzem Herzen liebt und einfach immer da ist für dich. Und ich möchte mit dir durch dick und dünn gehen und ich weiß, dass wir richtig glücklich sein werden, wenn wir Gott im Herzen tragen und sein Leben um alles in der Welt einfach verteidigen. Und wenn es bedeutet, auch mal nachts aufzustehen oder wie auch immer, ganz egal, Hauptsache die Luft zwischen uns beiden ist rein. Und ja, und ich, Janne, ich möchte in jedem Moment herausspüren, was dein Bedürfnis ist, ob es mal Ruhe ist oder auch mal ein Späßchen. Und mein größter Wunsch ist, dass du dich einfach wohlfühlst und du niemals deine Entscheidung bereuen musst. Ich will dir ein Zuhause geben, umgeben von Liebe und Respekt. Ich will dir mit Respekt, ja, mit Liebe und Geborgenheit, ich will dir mit Feingefühl und mit Respekt gegenüberstehen. Ich möchte immer vom ganzen Herzen hinter dir stehen und dich in dem unterstützen, was du in deinem Herzen hast. Ich will immer ein offenes Ohr für dich haben und lass deine Hand niemals los und ich hoffe ganz, 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 ganz fest, dass du dich immer an mir freuen kannst. Ja, du machst mich zu der glücklichsten Frau und auch ich sage ja zu diesem Leben mit dir. Es ist eine bewusste Entscheidung, also ich weiß, was ich mache. Das ist meine liebe Nichte Amina. Sie bringt uns schon die Ringe. Ja, ich denke es. Vielen Dank, Hannah. Unbeschreiblich. Danke dir. Wow. Das ist, glaube ich, das schönste Eheversprechen, das ich je gehört habe. Heute habt ihr drei Predigten gehört. Von mir an, jedem einzeln. Wunderschön, wunderschön. Das möchten wir natürlich besiegeln. Ja. Ja. Das ist schön, wenn man zuhören kann, wie sie sich das Ja-Wort geben, das nicht so statisch gefragt werden muss. Aber ich habe dich heute jetzt auch noch mal viel, viel besser kennengelernt. Große Freude. Große Freude, dass Jan Henoch so eine würdige Partnerin bekommt. Ja. 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 Das ist eben eigentlich das Ehegespräch. Leider erklärt man, wenn du da nervös bist, dann schwellen die Finger ein bisschen an. Hat es trotzdem geklappt? Ja. Gut. Gut, wir möchten das jetzt noch vor Gott festmachen und einsegnen. Wir haben in unserem Leben gelernt, dass die schönsten Vorsätze nichts wert sind, wenn nicht die Kraft der Segen Gottes darüber kommt. Wir brauchen Vorsätze, ohne das geht gar nichts. Aber sie müssen besiegelt sein von oben und das ist ja der Grund, warum man einen Ehebund immer wieder schließt mit einem Segen, einem priesterlichen Segen. Und das erwarten wir. Ich bin fest zuversichtlich, dass man ein besseres Fundament nicht legen kann, als wir die beiden es gemacht haben. Es ist ein absolut vorbildlicher Lauf. Ich kann jetzt nicht sagen, der vorbildlichste, weil ich so viele vorbildlichste schon erlebt habe. Das würde ausspielen. Es gehört, wie die anderen auch, die wir erlebt haben, vorbildlichst geht gar nicht besser. Und du hast Jan Henoch jetzt in einer Phase näher kennengelernt, wo er wirklich geprüft wurde durch so viele äußere Einflüsse. Und was du jetzt erzählt hast, das hat mich tief ruhig gemacht. Und da weiß ich, mein Gebet ist erhört, was ich jetzt bete. Ja, himmlischer Vater, du bist der Stifter der Ehe. Das ist nicht eine menschliche Erfindung, keine menschliche Institution. Du selber hast es gesagt, dass der Mann sein Haus, sein Elternhaus verlassen wird, um eine neue Gemeinschaft einzugehen. Dass die Frau ihr Zuhause verlassen wird, um eine neue Gemeinschaft zu bilden. Dass sie zwei ein Fleisch werden. Und du hast uns deutlich gemacht, nicht allein in der Heiligen Schrift, sondern auch in der Erfahrung unseres Lebens, dass ohne dich gar nichts geht. All unsere guten Vorsätze, sie nützen nichts, wenn nicht deine Kraft und dein Segen diese Vorsätze bestätigen. Und du selber sagst, durch dein Wort, das von dir, das Wollen und das Vollbringen kommt, so rufen wir als Gemeinschaft, als Zeugen dieser Eheschließung miteinander aus, den Segen des Wollens, den Segen des Vollbringens. Komm, Heiliger Geist, komm, Kraft Gottes, komm, Segen Gottes und beschließe dieses Vorhaben, dieses gegenseitige Ja-Wort, dieses gegenseitige Versprechen, ein Leben lang füreinander da zu sein. Besiegele dieses Vorhaben, segne es, dass es gelingt, dass diese Herzenswünsche wahr werden. Der ganze Segen des Himmels ist mit euch. Die himmlischen Herrscharen schützen euch und bewahren euch. Und auch in den Zeiten der Dunkelheit, der Prüfung, der Erschütterung sorgt der Himmel dafür, dass ihr fest und unerschütterlich seid wie die Berge Gottes, dass euer Licht immer wieder leuchtet. Und wenn ihr im Dunkeln habt und gar kein Lichtglanz scheint, rufen wir aus, der Segen Gottes ist über euch, dass ihr vertrauen dürft, auch in dunkler Zeit, in dunkler Nacht, dass das Vertrauen Gottes, der Glaube Gottes, das Zutrauen nie ein Ende nimmt, weder zueinander, noch zu Gott hin, noch zu dem Organismus Gottes hin. Ihr seid fest wie die Berge Gottes, von oben gesegnet, von oben festgemacht, von oben mit jeder Weisheit, mit jeder Liebe ausgerüstet. Fähig, Nachkommen aufzuziehen, fähig, ein Zuhause aufzubauen, dass der Himmel auf Erden ist, fähig, Kindern die Herrlichkeit Gottes zu lehren, sie zu erziehen, durch die Erkenntnis Gottes indem er sie Gott kennenlernen lässt, dass sie die Erweisungen, die Wirkungen Gottes lesen lernen und unter seiner Navigation des himmlischen Friedens aufwachsen und nachfolgen lernen. Der Segen der Königsherrschaft Gottes ist über euch und eurem Haus. Was Gott zusammengefügt hat, kann und soll der Mensch nicht scheiden. So erklären wir euch vor Himmel und Erde mit der ganzen Fülle die da zur Verfügung steht zum Mann und Frau in Gottes Namen, Jesu Namen. Amen. Amen. Du darfst jetzt deine Frau küssen. qualifyet und das ist die Frau küssen. Amen. 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 Vielen Dank.